Da, wo? Oh, das sind 100 Jahre, ne? Vielen Dank. 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 Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, meine Fresse. Ich bin da. 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 um Euro sie wollen wir natürlich auch heute gescheitert nicht St so so oder bis zur so dasselbe was auch von kurzen was ist das war hier er hat noch ein Visier er wird johannes und zu mir was treuern nur 6 Uhr der ist auch nicht so so irgendwas Was hast du denn geschaut? Nicht, dass ich wüsste, aber ich wusste nicht, wie es geht. Was hast du denn geschaut? Was hast du denn geschaut? Was hast du denn hier? Vorne, left corner. So, wir direkt hinter die Halle und die abfangen. Gehen wir mal an. Da so her, da so her. Ja, wir gehen jetzt gleich voll am Sack. VSS schießt. Ja, ab doch. Bitte. Gesundheit. Ah, 10 auf 330. Hinter der Kuppe. Aber und so blitzt er mal raus. Hat unser Auto zugeschossen, ne? Jetzt kommen wir in die Stadt oben. Äh, wir haben es nicht weit. Also, äh, anderes Ende von Lacobrelia. Oh ja. Der kommt mir gerade recht. Jetzt kommt mir gerade recht. Jetzt kommt der Kuppe. Und jetzt kommt der Kuppe. Ja. Dann kommt der Kuppe. Ja. Dann kommt der Kuppe. Vielen Dank. Ah, da ist mein zweier Helm. Das ist ein zweier Rucksack. Krass, ne? Oh. 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 Vielen Dank. Oh, da ist mein Ska. Jetzt wollen wir nicht mehr in AKM spielen, ja. Vierer Visier, hast du es selber gesagt, ne? Ja, das ist ein 6er. Oder so, ja. Ich habe jetzt mal ein 6er eingeschmissen. Da vorne sind es, 15. Nord. So, wie wir es gerade laufen sehen, hinter der Kuppe. Ganz sicher dann. So. 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 unten da unten 355 ein hinter der kriegt ich schieße gleich einmal das motorrad sammeln da unten wenn ich es dann erwischen würde ok das waren jetzt 10 Schuss für nix und wieder nix schön Max immer wieder gerne wenn wir zu den mittig besucht als der zweite links als der zweite an links sind wir gelaufen naja hier haben wir einen Motorrad jetzt wovon ich bin gesehen wer kommt genau da bin wir hin genau da bin wir hin in dem ersten auch wieder naja gut 220 sollten reichen ein ein zweier helm hast mittlerweile ne naja warum war er weg naja also waffen passt wechsel ich nix mehr eigentlich bloß nur drei Rucksack und vielleicht der Schalldämpfer sonst haben wir alles ne ne bräuch ne ihr krass ne ne zwei hits da steht das eine auto nur so komisch aber das wird ja nicht gewesen sein da wir schon eher da links wo die anderen aufgewandt sind max weil da wird die zone sonst eng auf deiner seite da drüben hocken ist das hast du gesehen auch den anderen schon zwei mal gehütet uns gegenseitig gut getroffen er hinter uns oben max und wissen du komm mal hier hoch und einer ist hier auf 150 glück haben schießt er genau in die andere richtung und hat den rücken zu uns dreht das ist ja hier oben weiter also lange will ich jetzt nicht um oder denn aber einer eventuell über mir einer ist gleich hier den holen wir sind beide hier schau 105 lasst ihr mal ums eck gehen kommt von hinten von hinten ran von hinten ran komm hier an der seite ok das weiß ich was du meintest mit das ist so blöd was wir hier machen das ist jetzt einfach oh fuck Geronimo oh gepalben Schaden oh ja und ob ich finde und oh oh der Rest wäre gegangen hier Max das war bloß der eine dicke Jump Böse Zone Böse Zone Böse Zone Das überlebe nicht tut mir leid Max da war ich wieder zu ja okay geil nein oh maaann aber Max Top 10 Helf mir nichts wenn ich keine K nicht habe Ach du, ich muss beides machen. Ich dachte das eine und das andere. Jetzt haben wir auch ein Schubchen drin. Schnauze. 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 Was darfst du sein? Der Werbär Und mein Mann da hier Hämmer ein Zwilling Wo wir hingehen Da war es ein Kabel Dann schlage ich vor Dort ist Eck Oh mein Oh mein Zing Oh mein Oh 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 ich bin sogar gewillt zu sagen, wenn ich eine K finde, gebe ich sie dir. Aber bloß, wenn es braucht. Die Karte ist, wenn ich einen Spaß habe. Ich mache meine Karte. Ich mache meine Karte. Ich mache meine Karte. oder ich sage sie euch ich habe vorhin so gut hähnchen in mexican salsa gambas und knoblauchsoße mexican potatoes also ich habe pizza vergessen und nur rickert domen die anruf alle füllen drei füllen kannst du gar nicht sagen ich bin fast schon so weit dass ich bei bin und da haben wir noch weil wir zu sechs dann hat die nette bedienung 6 Uhr so kurze bracht aber von den sechs leuten haben vier nix getrunken da haben meine schwester und ich halt gesagt auch schon hier komm herr max und meine schwester und ich halt gesagt jeder drei trinken brauchst du das wie sie die schlechter war es nicht ok dann nimm es äh bekannter dann ich habe 90 für die akm ich würde die jetzt halt wir schauen noch mal zu die Buben da runter ja ich habe jetzt über 205 dabei also jetzt würde ich dann wahrscheinlich mit der korn tilten hier ne jetzt warte da links draußen am stieg verheiratet bischöner vor gehst du hier an den Dornstein und ich kann dich gegen das Dorf bis und das auch vor allem ich glaube ich glaube ich würde sagen aber doch dann direkt vor mir direkt vor mir Max direkt vor mir ja ich bin da weit hinter dir direkt vor dir da 30 vor vorm wie ist das ja ich sehe ihn aber Max jetzt wird auf mich geschossen oh der ist meister nicht klamm wer hat dich jetzt pullt der ist meister nicht klamm der hat jeder rund nicht einer von rechts habe mich aufgeschossen oh nein ich muss mich kurz heimler sonst verledigen der ist so unfähig eigentlich ja jetzt liegst du safe weit zu dir sagst du aber ich weiß nicht ob der andere gleich wieder kann nein 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 du liegst nicht safe der andere ist schon tot den habe ich schon erledigt der wird ja scharf hinten der wir da hinten waren ja der ist weg und da kriegen links ja ja der ist jetzt auf fünft hinterm ich aber ich dew wenn der nicht hoch 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 so wie max abba da und es nicht verhindern den rechts habe ich nämlich sehen als wir auf den anderen gewartet haben der hat ja auf mich aufgeschossen aber er hat es nicht fertig gebracht ja, mich nervt das jetzt schon wieder bloß der schönste mit der KVLO der hat davor schon mal geschluckt von einem anderen und der stirbt nicht also das war jetzt schon wieder ein Witz hoch drei da brauche ich keine KVLO auch nicht mehr spielen wenn das nicht aber war schon ein Down-Tay die 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 ich dabei kommt verzeiht ob zu dort vor der andere den hohen xin also hier so außen rum ist und ich würde mich dann hier nochmal angreifen dagegen gehalten so meine Damen und Herren ich weiß nicht ob sie das sie gesehen haben ja mit eltern Es ist da wo es drehen, Max, hast du gesehen? Mhm. So. 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 Dann Loki XI64 X. Spiel damit. Ich kippe. Okay. Oh nein, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank. So, jetzt kann ich dich erst wieder einladen. Also, du warst jetzt bis jetzt noch im Squad drin. So, jetzt kann ich dich erst wieder einladen. Zugefügter Schaden 71, habe ich dem Typen gegeben. 71 und der war davor schon abgefragt. Also, wie viel Leben hat man? Der 320 oder? Nein. Hast du den Hamster nicht jetzt so sauber gemacht? Aber das ist noch relativ sauber. Ich mache es jetzt am Montag. Okay. Ich habe schon gestern, glaube ich, gedacht, sie wollte es am Montag doch so machen. Sie wollte es am Montag machen? Ja, warte. Soll ich mir auch noch einladen? Ja, ne, lass mich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habe ich keine Waffe. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich habe ihn kurz gesehen, also er ist tatsächlich auch hier runter, aber... Da unten ist er, jetzt habe ich... Leicht, tendenziell auf deiner Seite... Er schießt auf mich. Hat er Vector? Ja, bei mir leid, sag ich, jetzt ist er fix. Nice. Ich war ganz alleine. Okay. Oh, der Teammate hat schon da. Und... Jetzt ist es zu viel für den Munk-Schluck-Test. So, Beutel. Nimmst du dir das Hexag gleich mal? Dann nehme ich die Vector, okay. Hallo. Siemer Schuss für dich. Habe ich... Habe ich hinter dich blickt. All right. Okay. 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 Ok, wir können ja gleich mal in die Richtung von vorhin laden, Zweckszone. Ja, also springen wir mal hier, Rastakau. Ja, wie sehr. Das erweitert schnell C-A-R, gleich in der Hütte. Nächste Hüttenreihe auf Norden ist gerade noch gelaufen. Ganz so, dass er Richtung Brug für die Luft läuft. Da die Heiser noch luchtet, weiß ich nicht mehr. 7er Schuss, wenn du brauchst. Wenn du 5er brauchst, kann ich dir abgeben? Nein, dann. Ich brauche hier 5er auch. Da, weg da. Der ist von unserer Siedlung hier weg auf die Brücke, oder? Nein, 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 da in der linken Siedlung ist er. Ich weiß aber nicht, wo er hieß, ja? Ah ja, da ist offen. Stimmt. Kannst du auch in dem Haus denken? Wißen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, ob er den Hang da in der Hütten hat. Ich muss das hier in dem Haus schicken. Ich kann es nicht mehr, als er in der Hütten auf dem Haus aus dem Haus. Jetzt nichts bemerkt. Schaut aus, das war das noch. Geht schon weiter. Kann ich jetzt zum Druckführer kommen? Wenn wir gleich schwimmen, das ist noch am unauffälligsten glaube ich. Oh nein, ein Walfisch. Ja, ein Walfisch. Okay. 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 So, wenn ich schon filmisch um, hab ich Yeah, du hastacer hatten. das ist das war und schalte immerhin oder 3 3 du willst du für links ich war rechts auf 3 2 1 ich glaube der rechte hat Konen oder der rechte drückwolle Ja, ist hier. Hier bei mir. Wow. Arschloch. Vom Berg. Vom Berg. Vom Berg. Vom Berg. Vom Berg. Uuh. Schießt du auf den? Ja. Die haben da bessere Kose, weil ich die selbst nicht mehr. Ja, ja, ja. Jetzt sind die jetzt mal patent geworden. Sind die geläht. Ah, ganz oben sind sie. Ja, direkt am ersten. Gewöse Nügel hier. Jetzt konnte ich den halt nicht looten, ne. Überhaupt nicht. Ich denke, dass die nach rechts laufen werden oder gelaufen sind. Ja. Und habe ich auch recht zum Müller versichern. Ich würde den gern noch looten hier hinten. Fuck, ich probiere es jetzt einfach nur mal. Ja. Ja. Okay. Okay. Brauchst du Energies? Ich habe so viel dabei. Drei Stück. Schmeiß ich dir jetzt mal hier. Mach damit. Was du kannst. Mach damit. Was du kannst. Schmeiß. keeps los. Nun. Sieht. Groß. Mann. Ja. Mann. Mann. sind sicher darin ja ich glaube ich höre was ich bin mir nicht sicher also hier ist leer das große haus sind ist es ist spiel bestehens ehrlich gesagt nicht ich kann das schon sagen wenn sie denken es haben eine leichte beute aber damit ich glaube dass ich auf die Köln hab ich denke du ne 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 tut das nur dass wir mit denen kämpfen wir werden da irgendwo da warten gehandelt und ausgehen oder am abends links von mir 300 Prozent 300 oder 30 da oben ich glaube auf dem hochsitzel mit zwei rückwarten Dicken zurück. Wo kam denn der Schuss? Wo sieht's? Jetzt rechts am Haus, oben. Ich glaub der ist hinter oben gelaufen jetzt. Ja da stirbt der jetzt. Ab in die Zone. Wollen wir uns eher links sonst noch halten? Weil das noch eher oben ist? Wollen wir das machen? Da hat er noch 3er Westen liegen lassen. Da ist es auch nicht klar. Kommen wir da noch mal runter? Wir dürfen jetzt hier nicht auf dieses Plateau. Da hinter uns, hinter uns läuft einer. Äh 220. Ja und der andere ist ein Stück weit weg. Ja ja ja. Wollen wir gehittet? Wollen wir gehittet? Den ersten, den vorderen hab ich. Gehittet. Nice. Oh ist die QBU geil mit dem, mit dem Schalli. Das geht? Hm? Hast du das gehört? Was denn? Der Schuss da ernten. Das ist die Karte, wo ich brauch. Hm. Äh am Feil, am Feil darf 80 drin. Mit dem Stolzer. Äh nö. Auf 80er rinnt links weg. Ich schau hinter uns grad noch bissl. Ja über uns, 280. Der kommt jetzt da runter. Nee der ist noch oben am, am. Ja der wird angeschossen. Ja jetzt glaub ich ist er tot, oder? Nee da schießt er noch tot. Und jetzt ist er noch ab. Ach. Wo? Wie? Halt noch. Woll ich da ran anreffen? Ja 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 ja. Ui. Oh der schießt nur einer für ernten, irgendwie warum er. Ja ja. Der hat auf den Schuss. Da ist auch noch oben einer. zone kommt wir gehen relativ gerade rein oder von dir aus 100 ich weiß schon aber von der posi müssen wir aufpassen dass von rechts jetzt niemand kommt die feiten davon direkt zeigst du ja die posi ist gut ist wo die du jetzt da hast ich hab jetzt leider nicht mehr ich kann sie nicht unter beschuss nehmen ich auch nicht ja aber der war außerhalb glaube ich und die sterben jetzt nächste zone müsste jetzt kommen bevor die aufhören zu kämpfen da er da wird auf eingeschossen rechts rechts ja den habe ich wir haben zone max ich schaue mir links die zu nehmen an okay dann müssen jetzt gute rundum sicht haben ja 5 und 1 kämen wenn er zu dem anderen mit dem wir so geschossen haben sie ist noch nicht noch zu weit weg von mir schau dass du in deckung bist ich sehe ich sehe da nicht hin ich gucke eher auf die andere zonen seite aus der siedlung oben laufen sie jetzt richtung zone steht so fels vor der siedlung da war das jetzt nicht nicht wir zwei gegen zwei die aus der siedlung kommen gegen einen laufen auf 75 maxi sind auf 75 bei dir voran ja stein auf von mir aus 100 ich glaube die eine nette war gut wir haben sie jetzt genau umzingelt ja die müssen wir sind zu zweit die haben hier genau umzingelt hast du nur granaten kommen nein 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 habe ich nicht nein habe ich nicht ich komme auf meine seite einer schoss angeschossen rechts und habe ich auch nur ja das ist der linke am baum links am baum jetzt schmackts wunderbar Ziem Kills! Ziem Kills! Und wie viel mit der K? Ich hab keine K bekommen! GZ, GZ Win-Counter, liebe Leute Machen wir gleich mal hier Wie viel hast du noch Kills gemacht? Drei Ja, die letzten beiden Die letzten beiden hab ich immer wieder angeschossen Aber die hatten dann Ja, die hatten genug Zeit sich zu heilen Und so weiter Ja, die wollten unbedingt ins 1 gegen 1 gehen Die zwei, aber der Der Den du als erstes gekillt hast Der war zu passiv Die hätten beide mehr oder weniger uns stürmen müssen Im 1 gegen 1 Dann wärs vielleicht was geworden Und Die haben aber nicht gewusst, wo ich bin Weil den anderen hab ich irgendeinen Schalldämpfer erschossen Mhm Das war das an mir Ich bleibe dabei noch In Deckung Ja, als wenn wir wieder karkaut hätten Und die zwei, die auf uns geschossen haben Da beim Looten Das waren safe Die, die dann oben sich auf die Klippe geguckt haben Und nicht mehr runtergekommen sind Ja Das Und du halt mit Oh Weil die, die uns hinterherglauben sind Die, die, die kamen zu spät Und ich glaub auch nicht, dass die anderen da wieder hinterglauben sind Ja Ja, die auch nicht Tauderflug meint Jetzt hörte, dass wir im Inkampf sind Und schalte mal rein Könnten im Höchstfall dich, wenn sie heute Von links so vom Heißel da war geschossen haben Und dann zuerst über Kuppen drüber gelaufen ist Dass die vielleicht noch Da haben wir probieren wollten dann Weil es gesehen haben, anders tun mir geht's nicht Ja, ja, du M4 Sechst du, wie sie drauf Pah Falldämpfer Haha Könnt sie mich gar nicht meinen Dazu wäre es jetzt auch cool gewesen, wenn ich eine Karkaut hätte Bei den Kälter mit Und dann Schicken die noch hin Ich hätte zumindest den Scheiß da geschossen hinter mir Aber Es wird schon irgendwann klappen Weil dann kann er mich auch wieder umziehen Wenn wir vom Chicken Dinner Wieder als erster Recker Das hätte eine gewisse Komik Aber das sage ich jetzt gar nicht einmal, wir haben uns jetzt als zweite Und diesmal habe ich jetzt keine dabei Ich habe mich ja schon für mich, dass da vorne drin ist Heut den Fall schon mal ab Wenn wir schnell unten sind Bist du vorne, dann gehe ich Fliege ich hinter Na, aufs doch auf Ja, oi Das war wieder geil Na ja Das ist ein Leerbrauch ja nicht Der Cabra halt fix Weil da weine ich nicht sein Gut Zum Glück ist da niemand mit uns gelandet Null und Kech Du hast Wir haben Wir haben Wir haben iin Okay. Okay. Das ist ja auch das ist ja gut, das ist ja gut, Da war es ja gut. Das war es ja gut. Ich glaube, okay ob es da war es ist nach also oft schon und es ist inzwischen zu mir ist alles was mit dem und um es ist er hier in dem die Böckung ja an die Böckung bei der Böckung ja gut was tut drei sind der Nürnberg die Strasse entlang und finden auch Flo Mox mit morgen zu den übertragen Mox mit morgen zu den übertragen Nein Ich bin dafür der Falsche am Rennen zum Übertragen Nein, zum Übertragen nicht, zum Kommentieren wärs der Falsche Hast du echt mal schön gemacht an Australien? Ja, in Taratuten sitzen und würde die ganze Zeit sagen Sie fahren im Kreis 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 Nein, das ist nichts für mich, Frankie Also Ja, ja Ist ja ok Ich schau mir schon was normale Formel Wenn sie nicht an weißt Da vorne ist ein Motorrad Außerdem werde ich morgen ganz so wahrscheinlich mit einem Fernseher so beschäftigt sein Es riecht Ich schau mir ja an Ich schau mir bitte mit dem Woche mit der Arbeit auf Weihnachtsfeier in einem Escape Room und hat gesagt, dass der recht geil gewesen ist bzw. dass sie noch einen haben. Das könnten wir uns ja mal für Anfang nächsten Jahres merken. Also ich kann doch zumindest sagen, letzter wären wir nicht mehr. Echt? Aber wenn jetzt lauter Einzelne gestorben sind? Donderheit! Donderheit! Zulegen! Ver Shorten. Donderheit. 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 Nöten, glaube ich. Wenn ich, wenn ich, will ich auch schon. Oh, noch mal, so Taris Kurz. So, die nur schnell, und dann geht's ab in die Zaun. Fünfer Schuss, ordentlich viel. Da sind wir geworfen. Ah, ich würd arg gern eigentlich auf die Fünfer wechseln, aber ich hab bloß ein Sechzehn hier liegen. Und dies ist, äh, dies ist immer nid. Die bin ich wieder nid. Schon wieder ist er leer. Was ist denn jetzt? Da ist ein zweier Helm, falls du noch nicht hast. Ah, ich hab gerade zwei mal gefunden. Okay. So, jetzt auf meine Brei kann ich sie mir schon sagen. Da war er irgendwie. Hm. Ja, bis halt zu... Wo, na... Ja, komm. Ich muss jetzt... Ja, Schaltimpfe, MP liegt jetzt hier, brauche ich nicht mehr. Da war er auch keine, ich meine, aber... SLR. Ah, er wird zu empfieren, SLR. Obacht, Vorsicht, gell, Vorsicht, anscheinend. Obacht, Vorsicht, gell, Vorsicht, anscheinend. zu schlenKA schlenker, Mascher, anscheinend. Das ist... Schlenker, ... Chlenker, Torsen, Tempfe, ... Und so außen an der Küste sollen es aber nicht hier können. Nicht durch, dich treibt es Schalkes irre Laune. Brauchst du noch eine Karte? Ja. Hier ist leider keine. Richtig. Das ist Schalkes. Da haben wir 5 Schüsse rum. Brauchst du erweitert? Ne, halt, sorry. Ja, ich brauche erweitert das AR an. Dann ist hier alles. Ich kann sie mitnehmen. Ich bin schön unterwegs. Und 5 Schuss liegen an oder? Ja, da haben wir Schall gedämpft. Hast du einen anderen Aufsatz? Das ist für, für, für. Nein, nein, nein. Ich hab überhaupt keine Aufsatzes mehr. Du bist der Blinder schon mal. Oh, cool. Okay, dann hab ich jetzt auch eine Aufsatzes mehr. Ich hab doch keine Aufsatzes mehr. Nein, nein. 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 Entschuldigung, ich hab ja gleich auf mein Karte aufgepackt. So. Jetzt dezimiert sein wir ein bisschen gegenseitig. Aber schön, wenn es so irgendwo an einer steht, der wo disconnected ist. Wir könnten doch davor mal, obwohl wir könnten auch. Ja, ich schau jetzt mal da auf 290 kurz. Falls wir halt weit fahren müssen, haben wir jetzt Motorrad mit was stehen. Da hat er 4 recht, ne? Da ist 3haft und das 3er ist der Backgegen hier überhaupt nicht. Ja, wenn es sein muss, dann tauschen wir. Nein, ich probier's. Ich will da ja jetzt nicht alles wegnehmen. Dann warte halt, bis er direkt vor mir steht. 6 Tonnen, der wo disconnected ist? Nicht schlecht. Mhm. Mhm. Aber die werden wohl vorbeifahren. Mhm. Mhm. Ja, ich bin ja nicht nur beim Hausland. Ich bin ja nicht hier. Hier ist bloß. Sind die Küstenstraße runtergefahren. Noch ein Auto. Ich mach das gleiche. Die spielen bestimmt zusammen, die Sabian. Das ist ja auch nur du. Ich geh mal zum Einen. Ja, Herr Futter. Nein. Ja, Herr Futter. Sagen wir kurz erschreckt, weil ich nicht verstanden hab, was du gesagt hast, weil du plötzlich die Schritte gehört hast. Ah, der Drop kommt auf 150. Ist das denn du mal den Drop? Jetzt fängt es ein bisschen an, jetzt fängt es ein bisschen an. So, haben wir weit, fliegt vorne, zum Drop vorne, zum Drop vorne, zum Drop vorne, zum Drop, in Richtung Drop, ja, zum Beispiel die Häuser, die rechts davor sind. Und dann fängt es auf die Höhe von, zum Beispiel die die Schufe von sind. Ja, das ist der Fall. wie kann er der metachiefe slr haben wir haben doch mir alle gefunden ich glaube die kämpfe mein job zweier beste hast nur der städter top links von uns die heute war keiner im runden m und so kommt so um den Bruder so nach links wenn es die auch gewesen wäre die richtig gefeiert aber nach sind die oben da beim haus 145 das andere als erste wir können ja durch den sumpf laufen da schauen viele nicht rein oder wo kommen wir aus wir haben definitiv mit euch kämpft oder umdrehen vielleicht können die die wir jetzt gerade sehen auch gar nicht dazu man kann schon wieder einzigen Versammlung wir bleiben hier an der Seite wie gesagt da ist Terrado ja aber das gute ist da schaut halt echt kaum einer hin außerdem siehst du da die Leute relativ schlecht hier ja 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 Okay. Ich habe tatsächlich hier noch Zeug gefunden, was ich brauche. Die Revisiere ist nicht, aber jetzt wird es gesagt. Nein, möchtest du es nicht haben? Komm, tausch mal. Nein, nein. Komm jetzt. Nein, nein. Da. Das ist doch scheiße. Denkst du, du bist glücklich, weil du den Boss besiegst und dann kommt er noch heran zurück? Ja. Das Problem ist, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir eine erste, wenn ich brauche mal ein Kind. Ja, gut, irgendwann irgendwie muss man hier ein Kind. Ja, das war jetzt genau die Zone, die eigentlich nicht Humboldt ist. Aber dann machen wir es jetzt so, jetzt gehen wir gleich rüber zu dem Haus. Oder, Max, oder wir gehen über links und hoffen, dass links schon alles gecleared ist von den anderen. Ja. 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 Die Forschungsstation ist halt da nur innerhalb, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. nicht wie ich das heute schon Mittagssagen da können wir auch mal wieder den Kampf ja hinten auf Nordost laufen wir hier auf und auf die Sporschungsstation zu kommt das ist bei der Furchtungsstation mhm 185 ganz weit am Ende von der Zone Der Lohr? Ich hab das eingesehen. Da jetzt kommt einer von rechts Zwei, zwei Leute von rechts Können wir dabei zusammen Ah jetzt bist du Kannst du den Ich bin angeschossen Wissen von wo? Du? Angeschossen Ja oben von der Vorschrungsstation wahrscheinlich Wie weißt du das mit dem anderen rechts, Max? Wenn du da rechts mal piekst Der ist auf 70 genau Ja 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 Der ist von der Forschungsstation Bleib doch mal nah dran Am Stein Der andere ist auf 70 Siehst du? Ich hab nach dem Fall auch mich gehittet Ja 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 Sind die beschäftigt? Ja der ist jetzt hinter der Kuppen Den treffe ich nicht mehr Er schießt aus dem Fenster oben Er schießt aus dem Fenster oben Zu zweit Jetzt sinds zu zweit sogar Ja der wird immer Wir müssen auch auf rechts ein bisschen aufpassen Ich geh hin und werfe ein Nade rein Ja der Max der stirbt Der stirbt Im Zone Hupf jetzt raus der Ander Max komm hier zu mir Auf rechts 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 Ich hab hier keinen dicken Baum mehr Kannst du ein bisserl mehr in den Der ist direkt am Zonenrand Ja Ich kann nix machen Ich bin Der ist auf 220 Den Baum Der Kollege ist nur ein Stückchen weiter Kannst du ein bisserl mehr in den Ja 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 passt passt Der eine ist rechts am Stein Der ist fällig Bezielt er uns Ja Der lefte Stück links Ok Den hab ich Den noch ein Team Au 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 Max Ich muss an den Stein hin. Seid mal nicht. Am offenen Hügel. Okay. Bin da. Bin dran. Bin dran. Ich hab den ausgenockt. Max, äh, ganz kurz, dann hab ich's. Ja, du Arsch, du hast einen Zaublech. Du wirkst ja, du Träger. Ja! Max, haben wir das geil gemacht? Haben wir das geil gemacht? Und ich nehm nie, ich nehm nie, ich nehm nie Rauchgranaten mit. Und heut... Die war Gold wert. Da war ich dabei. Da, dass ich den Gehirn da rauch ich wegen Höhe. Ah, wie geil. 6 killst du? 1. Achso. Mit der K? Ich glaub. Ich glaub, ja, 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 ja. Den anderen Oma hab ich ausgenommen. Wenn das dann mein Kill war... Ja, ich hab sein Teammate gekillt und dadurch... Was hast du da hinten? Also, eigentlich müsstest du zehn. Ach, oh ja. Zwei chicken dinner hieinander. Du müsstest ja nicht, glaub ich. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Baby! So... So dickend! So dickend! Ich glaub ich bin jetzt durch. Ich glaub ich bin jetzt durch. Ich mag insgesamt 800 Schaden durch die K. Wow! Wird das immer schon mal nicht auf eins Ding machen. Muss ich da jetzt immer das scheiß T-Shirt da haben dazu? Oder? Ach, da haben wir... Ja, ok. Ich will bloß mal schauen, was als nächstes kommt. Ich schau jetzt einfach mal, ich zieg mir das erste Mal wieder um. Obwohl ich natürlich jetzt eigentlich auch sagen möchte, ne? Wenn's am besten ist, soll man eigentlich auch fahren, ne? Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? So, warte mal, wir müssen ja unser Win-Counter hier aktualisieren. Ach, das ist süß. Oh, ja, das will ich nicht haben. So. Das will ich haben, das ist nämlich süß. Ja, das ist das Logo für diesen PUBG-Ausweis sozusagen, und das ist ein Vogel, der so ein ein Splint von der Granaten im Maul hat. Oh. Ach. 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 also schon 95 ich bin 112 aber nicht so bewusst nicht direkt aus dem Horst ich hab da eh nicht nur mal geschaut da gibt es mal mal die Spinnen drängert meine Timeline die da ist die Luten, Luten, Luten und die ganzen Kills sind wirklich aufgebanscht in so einem 6 Kills, 306 Schaden na gut, die den einen Rekilled hat, der war außerhalb der Zone der hat nicht mehr viel braucht der andere ist auch gerade aus der Zone gekommen der letzte war außerhalb der Zone ja, jetzt habe ich 1000 Foto an der Kar jetzt geht nichts mehr schief ich denke es ist mein Zeh ganz weiß keine Ahnung, das ist auf einmal von der Wand so, da habe ich die gehangen da habe ich mir die Zerwesten geblendet ein Toto 81001 ausgenockt 141 Schaden habe ich den zugefügt weißt, was das heißt dass du auch brutaler bist das hätte ich so nicht gesagt aber ah ja, nein, das ist also ich gehe mir davon aus, dass ich den ausgenockt und habe ich 100 Schaden gemacht weil der Kampf war ja dann quasi erst beendet wenn wir das Chickenbühne gekriegt haben da habe ich den unten am Baum nachher noch 41 Schaden mit meiner AKM Strahlerei gemacht bevor du es dann umgebracht hast ich habe den bloß noch unter Druck gehalten wollen weil ich bin frei durchgestanden ich habe nur ein Gebüsch zwischen mir und den Türken gehabt der hat mich schon lange angeschossen obwohl ich hinter dem Baum gestanden bin weiß nicht, weil ich da her schießen konnte der Pisse also PUBG Lookup sagt, ich habe 307 Damage gemacht ein Schaden mehr du auch wer vor Ort stürzt jetzt doch ich würde jetzt auch sagen, wir hören auf also ich spiel jetzt kein PUBG mehr ja ich schau jetzt bloß nochmal schnell in das Match gerade rein der Meta Chief, ich glaube das war der der am Stein gesessen ist der hat 9 Kills gehabt der war ein Killleader dafür hat er aber relativ schlecht laufen Xbox PS4 Spieler ja ja die hat er eigentlich schon gut drauf gekostet weil wir immer gelaufen sind das war der, der mir ausgenommen hat das heißt relativ gut drauf also die Top 10 waren 1, 2 Playstation Teams nur die hier das war die auch mh Das war jetzt eine Gündniswo. Das war jetzt eine Gündniswo. Das war jetzt eine Gündniswo.